Hey Leute, herzlich willkommen zu Minecraft Mini-Spiele. Ja, es geht wieder mit Minecraft Mini-Spiele. Und ja, wir spielen Wonder Chamber of Jerry and Harry. So, das hat mir in der Beschreibung und es geht jetzt schon los. So, die erste Person, die 20 Kills hat, hat ich schon gewonnen. Hat jemand schon den ersten Kill? Grand Player, komm, den hole ich mir. Zack. Rade Combo. Tod. Nein, ah scheiße, verschlossen. Und ich bin wirklich auch tot. Warte, der wird mich kriegen. Oh, genutzt. Ah, jetzt hat er mich auch geschossen. Okay, gut, wir sind jetzt, wir haben jetzt zwei Kills, unser letztes Vierter. Das ist schon okay. Hm, da oben in meiner Meinung. Ja, da wollte ich gerade erschießen. Na, na, na. Nicht du. Nicht mit mir, junger Mann. So, erstmal alles umgucken, ob hier jemand natürlich hinter uns ist. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst tötet uns von hinten. Oh, das ist ein Wetzel. Dritter Weltkrieg. Alle tot. Alle getötet. Jetzt noch zwei Pfeile. Noch einer. Ah, scheiße, gestorben. Na egal, wir haben noch einen Pfeil. Oh, da ist einer. Hab geschossen. War ziemlich dumm von dem. Es sei denn, der hatte keinen Pfeil. Und was? Schlau. So, da hinten sind ganz, ganz viele. Die Map mag ich sehr, sehr gern. Oh, nee. Bewege dich doch nicht. Das war dumm. Ja, jetzt hab ich euch hier in die Mitte gestellt. Das war dumm. Einer? Oh. Oh. Spammer. Nee, nicht Bow Spammer, sondern Spawn Killer. Wo ist einer? Zack. Ja, das ist gerade richtig, heftig umgedreht. Aber nur, wir sind jetzt Zweiter und haben gerade den Ersten getötet. Aber ist gut, jetzt sind wir im Gleichstand mit dem. Der ist aber trotzdem noch Erster. Ich glaube wegen dem Namen. Auch verschlossen schon. Gut, das machen wir jetzt. Wir müssen jetzt den Ersten töten. Hier werden wir das schaffen. Ja, den Erster. Perfekt. Oh, nein. Wir hätten ihn gekillt. Der hat uns doch abgeschossen. Was sind andere? Der Gypsy-Webber, Alter. Ich töte dich. Da hinten ist im Haus noch einer. Grand Player. Das Vierter. Okay. Small Mini Mami ist noch Dritter. Da hinten sind noch zwei. Da ist wieder Harry. Jetzt habe ich nochmal zwei Vorsprung. Mal gucken, wie wir das schaffen. Hier ist worden. Verdammt. Jetzt, der holt auf. Guck mal, ich hole mir die jetzt alle. Der steht auf Karom. Ne, es ist ordentlich da. Hol ich mir von dir da hinten. Nein. Scheiße. Verschossen. Oh Gott. Wenn er das jetzt richtig gut macht hier. Kurz. Leider. Nicht. Oh, da ist einer. Oh, Alter. Richtig gut ausgewichen. Das Erste? Ne. Der zweite Mann nicht. So, jetzt wieder zwei Kills Vorsprung. Zweiten und dritten. Aber ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Mit diesen kleinen. Abständen werden wir maximal zweiter. Weil die holen immer schneller auf als wir. Guck, jetzt hat er uns wieder getötet. Jetzt hat er uns schon wieder einen geholt. Und. Aber das ist so, was wir uns nicht. Jetzt werden wir gerade, woher der Hand getötet. Lol, war das ein Mega Leg. Alter. War das ein Leg. Krank. So, da sind welche. Ah ja. Ja genau, Spawn Kill. Ja, ja, genau. Das mache ich jetzt bei dir auch mal. Wir haben noch verschossen. Ja komm, das wird nichts mehr. Jetzt sind wir nur noch Zweiter. Das schaffen wir niemals. Drei. Rückstand. Das schaffen wir niemals. Ja. Gut. Ähm. Die erste Runde ist vorbei. BG Spawn Killer. Ist wirklich so. Also. Die haben die ganze Zeit gespawnt. Ich habe es einmal gemacht. Aber auch nur aus Notwehr. Naja. Wie ich mache. Wir machen jetzt auch eine zweite Runde. Bis gleich. Bei schreiten. BG. Dämlich. Ich kann ja nicht verwendet. Ich kann ja nicht schreiten. So meine Lieben, jetzt ist es in Runde 2 und es beginnt schon mit 20 Sekunden. Ich habe jetzt so eingeschaltet, dass wir das maximal auf 80 FFS spielen, denn das reicht mir auch und man sollte es auch nicht übertreiben, sonst spare ich lieber ein Klinik, bisschen Ressourcen. So, wir spielen auf 0 und da ist jemand irgendwo eine Legende, Assform. Mal gucken, ob wir den letzten werden. Ich meine, wir sind jetzt Zweiter geworden. Mal gucken, ob wir jetzt Erster werden. Platz 1 ist schon mal gesichert. Ah, jetzt bin ich wieder Zweiter. Platz 1 ist gesichert. Aber der holt natürlich bestimmt drauf, weil wenn er Legende ist, dann ist er auch gut wie nur ein Jamba. Ach, Small Minimani ist auch hier drin. Oh, dann wird er wieder Konkurrent werden. Tim the Turtle, muss ich nochmal gucken. Er hat uns getötet. Hm. Hinter der grünen Mauer ist wieder hier einer. Ah, das ist wieder dieser Gypsy hier, Alter. Dieser Sing. Oh, 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 zwei Seiten. Nein! Ja, da kommt jetzt Tim Turtle. Der ist tot von Assform. Oh, der hat verschossen. Jetzt hat uns doch der Small Minimani getötet. Dieser Hund. Hinter der Wand. Überraschung. Tot. Es leckt auch, ne? Es ist aber leckt. Nicht wir, sondern... Tot. Tot. Weiterschossen. Okay, ich spiel einfach mal den Kampf. Hm, ne. Ich spiel einfach mal den Kampf. Hm, ne. Ich spiel einfach mal den Kampf. Das ist eins. Wir hätten es jetzt vier. Ich spiel jetzt mal die... Nein! Oh! Ah! Einmal schnell weggeguckt und dann kommt er natürlich. Und dann schießen wir den. Sind wir gestorben. Spawnen wir oben. Okay, aber hier geht's auch direkt über richtig ab. Nein! Ach, ne. Scheiße. Warum hab ich das nicht gemacht? Ich glaub, Assfrauen ist aus dem Spiel raus. Er hat jetzt sechs Rückstand auf mich. Komm schon Tim Turtle. Krache! Yes! Man haltere immer wieder dazu, ne? Das finde ich cool. So. Ähm, da hinten ist der Gegner. Der ist gerade runtergesprungen. Sam's Mord. Ähm, hinter der Wand. Muss man noch mal gucken. Da hinten sind's drei. Versucht die so abzuschließen. Was war das denn? Oh Gott! Was war ich denn? Und jetzt... Ne, der ist... Der ist nicht... What? Wo kam der Schuss denn her? Der hat... Der hat den niemand abgeschossen. Wie mal's? Kann ja nicht sein. Das stimmt. Und... Ah, verdammt. Ne, was war ich? Was sag ich denn? Wir gewinnen einfach. Er sagt nein. Aber kann sein, dass... Der Typ... Einfach ein... Bestes Schwert hat. Ein Goldschwert. Kann gut sein, ja. Aber... Aber... Ich glaube... Wir schaffen diese Runde. Jetzt wieder zwei Stück Vorsprung. Ich korrigiere mich. Ich hab drei. Und... Das bewegt sich immer nur die Kuh, ne? Oh Mann, ey. Was ist denn? Boah... Was ist denn? Oder... Weiß ich nicht was. Ich will's nicht wissen. Fähig. 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 Wenn ihr den verstanden habt, schreibt es in den Kommentar um, was Fähig heißt. Fähig. 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 Bei Killer Strike. Gut. Das war's für die Folge, Leute. Die Folge ist zu Ende. Wir haben gewonnen. Zweiter und Erster geworden. Das ist nämlich mal eine druckrechte Folge. Wird's euch gefallen, dann lassen wir die Bewertung da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.